Guckt euch das an. Erstmal richtig schönes Wetter, gar keine Wolke am Himmel und dann da ist die Sonne und jetzt Zauber, Zauber. Und da ist der Mond. Richtig, richtig, richtig schönes Wetter. Unfassbar schön. Guckt euch den Himmel an. Und da ist der Strand. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja meine Freunde, ich realisiere in den Fragen wieder genau das, was ich immer realisiere. Und das, warum ich auch mit den Finanzvideos eigentlich aufgehört habe, weil es euch nichts bringt. Weil jeder denkt jetzt darüber nach, ja wo soll ich investieren, geht es hoch, geht es runter. Das Problem, egal wo man investiert ist, man kann es 0,0 beeinflussen. Ob der Preis irgendwo hoch oder runter geht, steht nicht in unserer Macht. Ist genauso, als wenn wir den ganzen Tag darüber sprechen, wie das Wetter jetzt wird. Was steht in meiner Macht, so viel Geld selber zu verdienen, dass ich dahin fliege, wo ich sicher weiß, da wird die Sonne scheinen. Was steht beim Geldverdienen meiner Macht, dass ich selber mir ein Business aufbaue, mit dem ich viel Geld verdiene. Das ist der einzige Schutz gegen die Inflation. Wenn alles teurer wird, ist der einzige Schutz, mehr Geld zu verdienen. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Und nicht in was ich jetzt rein investiere, außer ins eigene Wissen. Das ist es. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.